Vorstein Nummer 2 klingt banal, ist aber effektiv und zwar, wenn wir 100 Euro monatlich weniger ausgeben oder durch Cashback zurückbekommen, haben wir damit auch mehr zur Verfügung. Wenn ich mir sowieso gesagt habe, mit Erreichen der 50.000 Euro Marke kommt ein Weber Grill ins Haus, dann nutze ich einfach diese Top Cashback Seite, einmal angemeldet, klicke ich, bevor ich kaufe, auf diesen Link und dann bestelle ich ganz normal, der im Schnitt 2.000 Euro kostet, bekomme ich hier 12% Cashback, was bei diesem Preis schon über 200 Euro sind. Natürlich kaufen wir nicht jeden Monat einen 2.000 Euro Grill, aber das Ganze können wir auch für unzählige andere Shops machen. Für Anschaffungen, die wir sowieso tätigen wollen, ist es wirklich kein Aufwand, vorher auf eine Cashback Plattform zu klicken und damit 10% oder andere Beträge von unserem Kauf zurückzubekommen. Nach meinem Wissen, ich bin kein Steuerberater, ist das aber auch nicht zu versteuern, weil das quasi ein Rabatt auf unseren Kauf ist. Allein durch die Nutzung von Cashback Programmen kommen wir wahrscheinlich schon auf eine Ersparnis von 100 Euro monatlich. Wenn nicht, dann durch die klassischen Tricks, Hinterfragen der regelmäßigen Ausgaben, Abos und aber auch der regelmäßige Vergleich vom Stromanbieter, Gasanbieter, auch hier einfach mal bei Google Geldschnuppert, Geldsparen eingeben. Da haben wir eine Liste gemacht und wer die Liste abarbeitet, der ist auf jeden Fall mindestens 100 Euro monatlich reicher. Und damit haben wir jetzt schon 150 Euro monatlich mehr zur Verfügung.